Tragödie in Baltimore. In der Stadt im US-Bundesstaat Maryland ist eine gut zwei Kilometer lange Autobahnbrücke eingestürzt, nachdem sie von einem Schiff gerammt wurde. Mehrere Fahrzeuge und bis zu 20 Menschen stürzten nach Angaben von Polizei und Feuerwehr in die Tiefe. Laut einer Schiffstracking-Website fuhr das Containerschiff unter der Flagge Singapurs. Es kam unter der Brücke zum Halten. Das Bauwerk stürzte nach Angaben von Polizei und Feuerwehr zu großen Teilen ein. Unter den verunglückten Fahrzeugen soll ein Sattelschlepper sein. Die Francis-Scott-Key-Brücke überquert im Südosten von Baltimore den Fluss Petapsco. Die Brücke wird jedes Jahr von mehr als 11 Millionen Fahrzeugen genutzt.